alles was du gerade gesehen hast haben wir in unserem neuen buch die deutschen alpen für dich zusammengefasst auf 212 seiten findest du die 30 schönsten wanderungen vom allgäu bis berchtesgarten jede wanderung ist dabei so beschrieben dass du nicht verloren gehst dass du den anfang findest das ende findest und natürlich die schönsten orte unterwegs die einzelnen touren haben eine wanderkarte dabei eine ordentliche wegbeschreibung natürlich eine infos zur schwierigkeit besondere gefahren stellen die beste unterkünfte und für fotografen haben wir die schönsten locations klar deutlich formuliert damit du auch mit den schönsten fotos nach hause gehen kannst alles dazu findest du im buch eine wunderbare übersichtskarte runde die ganze sache ab und ein abenteuer in den deutschen alpen kann damit beginnen viel spaß beim entdecken